Wirklich, ich nehme nie Feuer auf. Also mit der Kuh betäubt er jemanden, indem er durch den Durchrutscht? Mit der Kuh, verstehst du. Ja, hab ich verstanden. Weil er eine Kuh ist, LOL! Ahoi, Ladies und Gents. Und Freunde von Hand of Blood, Mitarbeiter und Kollegen. Oder auch die Mitarbeiter selber, nicht nur die Freunde von den Mitarbeitern. Nein, nur die Freunde. Ach so, dann bitte abschalten, Schütz. Ja, genau. Das war eine weitere Runde Heroes of the Storm. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Heute mal wieder mit den Kavalierpiraten. Und schreibt mir in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Genau, Daumen hoch, abonnieren und den ganzen anderen Scheiß. Abonnieren nicht vergessen! Yay, wir haben Teammates, endlich! Zwei, zwei, eins, drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Okay, bis gleich. Bis gleich. Ich bin schon sehr gestört. Ja, da sind wir auch schon wieder. Angriff! Ja. Oh, wieder, schon wieder die Map. Wir haben nur noch die Map. Ja, ja, das ist halt gerade in der Hero-Rotation viel drin. Aber du hast vergessen, dein Böckchen auszuwählen. Oh, ja, das stimmt. Ja, wir haben beide neue Helden dabei. Ja. Müssen wir natürlich einlesen auch. Genau. Gewährt Bonus. Also, ich gehe eher auf ein bisschen tanky, ja? Und du mehr auf Damage. Ja, ich mache einfach Hard-Damage. Ich bin ein Minotaure mit E-Gitarren. Ja. Und ich habe eine Kuh. Steht da? Kuh. Zünd die Kuh! Nee, aber der hat voll viel CC. Ach ja, hier kommen wir da durch. Ja. Ich gehe mal oben rum und in den Busch rein. Mal gucken, ob wir die überraschen können. Oh, da hinten sind sie. Oh, komm, komm, wir helfen Vogelchen. Okay, rein, 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 rein. Rein, rein, rein. Tasse da. Auf, nee, nee. Die, die alle hier. Die alle. Alter, ich dachte, die hier. Bombs. Du ballerst sie ja voll weg. Warte. Oh Gott, oh Gott. Und sie ballern mich weg. Oh Gott. Nein, Alexi-Boy. Hast du keine Kuh mehr gehabt? Okay, das wird der Rani-Gegg der Folge. Ja. Boah, der ist so cool. Der hat über viel CC. Ja, aber macht halt null Damage. Der kann sich heilen auf Doom. Ja. Bisschen. Bisschen das hier. Das ist nicht so hart jetzt. Kapumms. Oh, leu. Ja. Warum sind wir eigentlich drei hier oben? Ich geh mal in die Mitte, ja? Ja, okay. Weil gleich die Schreide kommen. Ja, wir kriegen hier gerade gar keine EP, ne? Ja, das ist natürlich dann Schrott. Haha, übel die Gitarre gemacht, ey. Alter, hab ich Gitarre gemacht. Hab ich gemacht, ey. Ich schwöre, schücherlandige Mutter. Alter, komm, Leute, Digga. So, komm her. Die kommen hier. Und dann mach ich hier. Und weg mit hier. Ich komm hoch, Alex. Ist der eine gestorben? Nee. Ja, also Funkelchen ist gestorben, ja. Oh, nee. Ich mach meine Motorsäge an. Wir müssen die kriegen. Motorsäge. Nein. Digga, wir nehmen das schnell ein. Wir haben den unteren auf. Ja, das ist gut. Aber wir haben niemanden in der Mitte. Obwohl doch Funkelchen ist. Versuchen wir das hier oben mit... Ja, ich versuche es irgendwie zu klären. Alter, wo willst du hin? Ach, der untere ist weg. Scheiße. Oh, nee. Wir müssen wieder... Oh, 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 shit. Hahaha. Äh, warte mal. Oh, 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 oh. Oh, jetzt ist er free. Kann der mich... Kann der mich unterbrechen? Kann der mich unterbrechen? Oh, nee. Kackomat, ey. Ja, ich kann hier natürlich ohne Hilfe jetzt gerade nichts machen, weil ich auch keinen Brunnen mehr habe. Oh, 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 oh. Wups. Hi, hi, hi. Oh, oh, oh. Was ist los? Alter, die haben mich gerade fast kaputtgeballert, ey. Mann, 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 Mann. Puts. Hi, hi, hi. Alter, Alex, Alter. Freut sich wie so ein... Puts. Hi, hi, hi. Ja, die Granate ist irgendwie cool. Da kann man sich so ein bisschen wegballern von sich selbst. Okay, also Top wird gerade hart gegriffen. Oh, das war ein Play, Junge. Oh, das war ein Play. Und ich habe es nicht gesehen. Ich war nur in der Base. Das wäre ich jetzt öfter mal bei dem. Okay, was hast du gemacht? Okay, also Top wird gerade hart. Das war's. Das war's. Ich bin... Er war in... Also, er war nicht in Tower-Range. Ich bin hinter ihn gedasht und habe dann in die Tower gekickt. Aha, hast du die Kuh gemacht? Ich habe die Kuh gemacht, ja. Und schon wieder. Spatz. Oh, jetzt muss ich hier... Die haben beide Speine, ne? Jetzt habe ich Funkelchen dabei. Ja, ja. Funkelchen kommt. Funkelchen ins Mondwanderung. Oh, nice. Wir sind mit einem Level... Ein halbes Level... Oh, Gott. Oh, Gott. Heil mich. Funkelchen. Funkelchen, heil mich. Mann, Alter. Oms. Oh, 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 oh. Ich wusste nicht, wie ich ihn verteidigen soll. Wieso hat der die Kuh nicht gezündet? Die Kuh. Lol. Alter, ich hätte den Tasser da fast gehabt und dann hat der die Kuh nicht gezündet. Weiß nicht, was da los ist. Alter, ich habe so viel Sustain. Der jetzt hier in der Mitte. Alter, warum ist der in der Mitte? Soll ich top kommen? Ähm, ne, bleib in der Mitte, verteidige. Ja. Weil ihr seid da nur zwei und unten nehmen sie gerade wieder ein. Okay. Und dann gehe ich mal hier volle Lotte drauf jetzt. Oh, jetzt sind die mit dem Level übel weit vorne. Nee, übertreib jetzt nicht. Die noch halten wir uns. Punktlich hin ist... Ach so, Leute, der Marcel ist heute übrigens nicht dabei, weil der einen mit dem Auto abholen musste. Genau. Der spielt Fahrdienst. Fahr- und Bringdienst. Taxi, Marcelus, Longus. Oh Gott, was mache ich jetzt? Gewinn jeden Trade, Digga. Gewinn jeden Trade mit meiner E ist einfach alles. Oh, Gesundheit. Scheiße, Mann. Das ist voll... Ich gewinn jeden Trade. Du hast keine Chance. Keine Chance. Keine Chance. Der heilt mich gut hoch hier. Jeden Trade. Einfach jeden. Ach, ich muss die Kuh ja auch noch... Jeden Trade! Ach, ich muss die Kuh ja auch noch... Oh, du musst ihn dann mit der verteidigen. Wir schauen, dass wir es hier irgendwie eingenommen kriegen. Die reiten hier schon hoch. Was ist denn jetzt los? Komm schon! Komm schon! Oh Gott! Effektiv, Junge. Pass auf, ich versuche, schnell runterzukommen und zu helfen. Schön! Lass ihn tanzen, lass ihn tanzen! Ich mach hier den Dicken! Ich nehm's jetzt einfach. Halt den ab, halt den ab. Ich bin Megatron! Brup, 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 brup! Nein, die haben gerade oben eingenommen! Scheiße! Puh! Die haben Ceratol? Oh Gott! Shit! Ja, geh einfach wieder hoch! Wie lange hält sich denn der Odin? Oh, der hält sich gar nicht so lange. Okay. Geh einfach wieder hoch. Puh! Ah, guck mal hier! Oh Gott! Ja, ja. Wo ist er hin? Der ist weg. Da ist er! Geh wieder weg! Ja, ja, ich hab ihn auch gesehen. Geh einfach wieder weg. Okay, ich mach jetzt back. Funkelchen hält das ganz gut da oben. Das ist gut so. Ich komme gleich, Funkelchen, zu deiner Rettung! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Da 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 da! Ist das nicht von Musical Cats? Ich hab keine Ahnung. Aber ja, ich glaub in irgendeinem Musical ist es drin. So, pass auf. Hier, zack, gibts aufs Maul, du Schwein. Hey, hey, hey. Ich klopp wieder weg. Das ist ja Duell der Giganten, ey. Ich hab bald keinen Marder mehr. Alter Schwede, kann ich Damage jagen? Übrigens, gibt es hier so Brunnen machen, die Heilung und Mana, oder nur? Äh, Heilung und Mana. Oh nice. Oh Gott! Oh shit! Oh Gott! Was denn jetzt? Ich hab meine Ehe verkackt. Aber hart. Wenigstens hart verkackt, weißt du? Naja, richtig hart, richtig hart gekackt. Nicht flüssig. Nein! Alter, wieso haben die so viel Sustain, ey? Oh Gott! Increase the duration of Rockstar. Rockstar aus dem... Uhuhuhuhu! Dead play, dead play. Oh! Oh, ich hab Funklischen gerettet gekriegt. Zwei! Alter, dann stunn ich sechs Sekunden! Das ist ja total bescheuert. Ich halte in der Mitte easy, ne? Aber... Ja, aber wir kriegen das oben halt nicht gewuppt. Das ist das Problem. Ich hoffe nur... Oh, pass auf! Äh... Tazada is on the way. Ja, ja. Seh ich. So, vor allem. Kann ich wegteleportieren? Oh nein, das dauert viel zu lange, ey. Scheiße. Fuck. Okay, die Ulti hab ich noch nicht ganz begriffen. Aber ich versuche das hier einzunehmen. Ich kann das hier nicht halten. Ich kann's nicht halten. Ah, jetzt haben wir eine Brache. Nimm ein, nimm ein, nimm ein! Ja, ich nimm ein, ich nimm ein, ich nimm ein! Nein! Oh nein! Was ist passiert? Er hat eine Millisekunde vor dir den Drachen bekommen. Oh, kacke. Alter, richtig knapp. Ach, du bist gestorben. Ja, es waren drei in der Mitte. Das Funklischen hätt einfach top bleiben sollen. Ja, der ist... Der musste back. Der hat nix mehr gehabt. Ja, aber dann ist er zu mir gekommen. Ja, shit. Shit, shit, shit. So, okay. Den haben wir mal, aber den Drachen... Hauptsache, der kriegt das Hauptgebäude nicht. Oh, ist denn blöd. Huch. Oh, jetzt will er es mal. So, mach ich meine Kettensäge an! Hinterher, hinterher, hinterher! Hinterher! Oder? Wow! Tschüssi, tschüssi! Okay. So, komm schon. Hier kommt noch mal rechts einer. Achtung! Da haben wir eine Waller. Waller, schüch, Allah. Der haut einfach nur ab. Der hat voll Angst. Alter, ist ja blöd. Ja. Ey, ich hab hier Botlane ein bisschen Probleme. Okay. Pass auf, ich komm runter. Ich tu mir immer noch irgendeine Humana vielleicht. Ich heil mich auf, du. So, Tassa, da macht das in der Mitte. Ich komm runter, ja? Nee, nee, hier ist alles safe. Okay, alles safe. Dann machen wir Ritterlager. Ja. Ich mach das easy camp. Fuck, hier, 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 hier. Ich kann nicht. Wenn, dann muss ich hier. Dann ist das Ritterlager machen. Komm schon. Okay, was, wo hast du Probleme? Ja, die man hier da ist das Lager. Ja, 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 ja. Oh, ich heilte ihn da drin. Und ich mach meine geile E drauf. Oh, scheiße. Er ist so ein dicker fetter. Egal. Nochmal ins Gesicht. Oh, Gott. Increased Duration. Okay. Solid Duration, Solid Duration. Äh, fügt sie, 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 hört den. Oh, Mann, ey, das läuft wieder nicht gut, Alex. Doch, läuft super. Na, top lane haben wir jetzt die Ritter. Oh, ja. Da geh ich jetzt auch mal schreien. Warum geht das? Ah, jetzt. Äh, die Schreine kommen gleich wieder, ne? Macht so viel Tod, wie ihr könnt. Ja. Und dann holen wir uns die... Schrein-Schweine. Das Gebäude auf Doom. Ich nehm den... Ich nehm den Instant. Alter, ich hab 4600 Leben. Ich hab den unteren Schrein. Warte, ich nehm mit den oberen. Und hab ihn gleich. Hab ihn. Ah, die haben ihn grad ein Camp gemacht. Äh, macht nix. Unser Drachenritter ist da. Vom Mitte. Sind die... Oh, shit. Sag dir mal. Die hat kein Mana mehr. Ich hab nur ein bisschen Mana-Vorteil. Ah, die haben unten den Schreiner, Robert. Ich kann ihn nicht halten. Oh Gott, das sind 3. Ich bin unten eh... Die ganze Zeit allein ist es wieder, als hätten wir ein Spieler. Ja, es ist wirklich so. Äh, okay. Ja, Funkelchen farmt halt lieber die Mitte. Oh, healt die auch? Alter, was? Ich hab... Alter, was macht die? Alter, ist das GG. Ähm, das Healen funktioniert, aber bei der nicht per... per Anwählen, sondern, äh, die halt immer den... Über Zeit... ...mit der geringsten... Lebensdrucken. Ja, das war ich. In dem Fall. Alter, das ist übel schlecht, was hier läuft. Ja, jetzt haben wir einen Schrein. Cool. Ich, äh, geh so schnell ich kann hoch und werd mir das so schnell es geht holen. Okay. Alter, 2 Botlane einfach für nichts. Okay, dann fighten jetzt... Nee. Oh, ich hol mir den einfach so schnell es geht. Ja. Wir sind dran. Wir bleiben dran. Ich hab volles Mana. Hier in der Mitte ist alles klar. Oh, da ist ein... Oh, ho, 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 ho. Du kleiner Taster da, Scheißer. Zack, ins Gesicht. Ja, wie geht das dir? Das war gut. Was? Ich mach grad die... Toll. So, was haben wir hier noch? Okay. Rega. Ich fett. Fass die Waller. Murat. Geholt. Gesundheit. Oh, yeah. Wir haben beide Schrein. Wir haben beide Schrein. Wir haben beide Schrein. Warte. Ich versuch die irgendwie zurückzuhalten. Nein, da ist der Seratool. Ich komm auf, ich komm auf, ich komm auf, ich komm auf, ich komm auf. Oh nein, wir haben den unteren nicht mehr. Ah, egal. Wir haben zwei Kills gemacht. Das ist auch wohl. Werf. Ende im Gelände. Deine Sprüche sind schon die geilsten, ey. Der sagt auch manchmal, Helga. Botlane holt sie wieder. Botlane holt sie wieder. Okay. Ja, jetzt, wer pinkt denn da, Gott? Ich, 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 ich. Ne, Nova. Damit der Top hält. Ah, okay. Ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Hast du, hast du? Ja! Jetzt gehen wir durch, jetzt gehen wir durch, jetzt gehen wir durch. Jetzt machen wir einfach Mitte durch. Ende im Gelände. Zack. Jetzt wird gesprengt. Vor allem, ich werde den jetzt auch mal richtig benutzen, nicht so eine Gülle. Gut. Jetzt gehen wir komplett durch. Einfach durch. Mach es. Ich zieh mir noch den Odin an und dann geht's rund. Nice, 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 nice. So. Alter, was ich für ein Damage raushau, ey, gegen Gebäude. Das ist ja nie mehr normal. Ne. Ist ja auch nicht. Wir gehen aber komplett durch jetzt. Ja. Oh fuck. Alter, musst du mit dem Mauszeiger da? So, ich geh schön hier. Zack. Okay. Okay. Lass mich. Ups. Oh Gott. Oh, oh, oh. Kommst du noch weg? Ja. Geil. Aber wir sind ganz gut durchgegangen. Ja, ja. Wir müssen jetzt die Camps machen. Ja, wir müssen jetzt erstmal Mitte defen. Scheiße. Boah, geilste Ulti auf der Welt. Die saß mal richtig drauf. Oh fuck. Ne, ich muss, ich muss Heal gehen. Ich hab, ich hab, ich hab ihn. Ich muss der Heal. Warte. Oh, die wäre tot. Ja. Alter, der heilt sich hoch wie nichts. Ah, ich brauch Heal. Ah. Oh Gott. Das ist einfach, das ist einfach Fail. Die macht einfach nichts. Das geht natürlich auch. Ja. Boah, Alter. Das ist doch nicht ihr Ernst. Ja, die hat wahrscheinlich auf ihre Fähigkeiten gewartet, dass sie nicht enttarnt wird, weißt du? Ja, das kann sein. Gut. Ich kenn mich halt noch nicht so aus. Da flame ich eher. Lieber erstmal flamen, dann ist alles gut. Nee, dieser, dieser scheiß Schamane, der shieldet alle. Echt? Hat der auch nochmal einen? Oh, der stirbt jetzt. Zack, weg is er. Okay, und jetzt auf die Waller drauf. Wir sind jetzt fast, jetzt sind wir selbes Level. So geil, die Muttersäge, ey. Oh, Schreine sind ab, das müssen wir auch jetzt, äh, Toplane. Ja, müssen wir wuppen. Lass, zumindest den Toplane-Dingern zu holen. Ja, die Waller schnell. Oh, Alter, ballert der Schaden raus. Was geht mit ihm denn ab? Da ist Tassa da auch noch. Ich halte ihn fest. Nein, sie springt einfach raus. Okay, aber ist egal. Ja. Oh, lol. Oh, lol, Mogadis. Oh, da ist er unten. Hier, den holen wir, den Holger. Warte. Ah. Aber der nimmt den Schrein ein, der nimmt den Schrein ein. Ja, 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 Zwerg machen, töten, drauf, Uffermutti. Nee, den Schrein erstmal. Ja. Alter. Die haben halt ihr Lager auch gemacht. Ja, aber ist okay. Wir sind gerade mega dominant hier, Toplane. Domina. Oh, den hab ich. Ja. So. Lass mal einfach durchgehen jetzt. Ja, wir gehen jetzt hier einfach durch in der Mitte. Die sind gerade so tot, die Leute. Alter, easy peasy, lemon squeezy. Alter, wie wir durchmarschieren. Alter, Vater, ey. Nie mehr normal, ey. Oh, und die killt ihn. Drauf auf den Gaul. Hey, Muradin, alte Schlampe. Wer ist das? Das ist Muradin. Achso, ich dachte Murad. Oh Gott. Ich wurde gestunt. Ich hab ihn, ich hab ihn. Oh. Oh Gott. Oh, schön, Ulti. War aber schön. War aber schön. Weiß ich nicht. Alter, meine Mini-Gang, die rockt einfach so derbe am Turm. Die können einfach nichts machen. Die können nichts machen. Alter, Vater, ey. Das ist hier einfach. Jetzt hab ich sie. Okay. Ah. Ah, schade. Alter, ich schier mich auch einfach ab, ne? Oh, fuck. Der Zwerg auf dem. Der Dummzwerg. Oh, und jetzt kriegen wir die richtige Heilung. Pass auf, jetzt mach ich hier den Odin. Sollten aber auch das Gebäude nicht vernachlässigen. Ich mach gleich Ulti, ja? Okay. Ich mach jetzt Ulti. Okay. Oh, sie haben gerade abgebaut. Oh yeah, CC. Der Schamane, der Schamane. Lol. Ah, jetzt haben sie mich. Aber wir haben übel aufgeräumt. Wir haben übel aufgeräumt. Alter Schwede. Alter. Oh, ich lebe wieder, ich lebe wieder. Die ganze Toplane einfach durchgemörrt, ey. So schnell kannst du unten nicht einnehmen, wie die in der Mitte sind. Ja, wer weiß wie. Na doch, die kriegen den Wach. Shit. Ah. Die Kleine probiert's. Lili, du schaffst es. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Alles easy, alles easy. Sie kann sie noch ein bisschen abhalten. Oh, super, super, geil. Willst du das echt mit Tassada aufnehmen? Zeratul. Äh, ja, mach ich doch. Okay, dann mach ich hier. Ja, ob los ist das, Junge. Weiß ich doch nicht. Alter. Alter, ich kluck den weg, ich kluck den weg. Ich hab ihn, easy. Easy. GG. Alter, meine, meine automatischen Angriffe springen jetzt über. Ich hab so ne derbe Wave Clearance. Okay, oben haben sie einen. Okay, hier ist der nächste Junge. Der braucht die Fresse. Oh, fuck, hier sind zwei. Äh, Tassada, da kommt, pass auf, ich komme. Ja, ich kann's nicht halten. Ja, pass auf, ich komm runter und dann können wir's halten. Meinst du, ey? Ich hab den Damage und du bist die Kuh. Lass den, lass den, lass den. Wir wollen Tassada wendern. Mach den Tassada weg. Ah, ich lass die Tassada weg. Ah, ich hilf's ja auch nicht mehr, doch. Hilft ihr. Boah, ich hab gerade noch meine Ulti gezündet gekriegt. Alter, der, der Schamane heilt einfach. Geh weg, geh weg, ich kann's nicht. Ich bin, ich bin voll low. Äh, unter meinem Odin. Unter deinem Odin. Ja. Jetzt kommen sie alle runter, unsere Leute. Aber wir müssen die Ogre killen, Alter. Das sind vier Stück. Ja, macht nischt. Hab ich gleich so ein Pisser. Fuck, die haben einfach mal Botlane jetzt zerstört. Also beide Camps gemacht haben. So, schön die. Mitte, Mitte. Warte, wir halten jetzt Botlane. Okay. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Der Minion, Minion OP. Der hat mich hart gechased, die Sau. Wir haben den Drachen. Ab in die Mitte. Oh, geil. Durch. Alter, der geht voll auf Nexus. Jawohl. Bazuga, geh ab, Junge. Du altes Pokémon. Oh, Alter. Der klatscht die weg. Geil. Pass auf. Und jetzt kommt die Bombe. Puts. Alter, von wo ich hier überall Baller kriege. Ey. Was ist denn hier los? Ah, ich sterbe. Ich bin tot. Der hätte nicht einfach so Retard auf den Nexus gehen können. Obwohl, ich leb wieder. Lol. Was ist das? Warum leb ich immer wieder? Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Ist das so? Schade. Nova ist tot. Braucht viel, viel Tychus is on the way. Cosmolabs. Der ist einfach nur hart OP. Der kann eine Lane halten, solange er will mit seinem E. Der hielt sich hoch. Also ich habe den überhaupt nicht gespielt gekriegt. Der ist übelgeil. Ja. Okay. Vielleicht war ich auch einfach nur zu... Ja, hier. Botlane, Botlane, Botlane. Ja, ja, ja. Seht schon. Die holen wir. Das sind beide squishy Targets. Erst auf die Waller. Nein, er kann, er kann halt richtig hart schieben. Erst auf er kann. Okay. So, siehst du? Was? Der lebt noch? Warum lebt der noch? Weil der sich mit der E kann er sich Schaden absorbieren. Also kriegt er keinen Schaden. So. Jetzt passt es natürlich. Du wirst jetzt zwar geheilt, aber ja, Seratool ist der Most Damage. Die kriegen mich trotzdem nicht down. Hand of Blood. Die kriegen mich nicht down. Oh, bitte, bitte, bitte. Oh, den fangen wir ab. Oh, den fangen wir ab. Ja, möchte jemand eins aufs Maul. Oh. Schönste Ulti der Welt. Oh, geil. That's Teamplay, bitte. Oh, Alter. Hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Das war echt gut gespielt. Oh, guck. Sie küsst zurück. Die macht doch im Trailer, macht sie doch auch die Atombombe und dann macht sie so Handkuss, ne? Ich hab das Camp, nice. Einfach mal alleine. Wir gehen jetzt Botlane einfach durch. Oder wenn du oben halten... Ne, kannst du nicht, ne? Wir pushen einfach. Ich glaub, das hat er da ist einfach ein übler Hund. Oh, Gott. Oh, shit, Alter. Oh, Gott, wie ich ihn outplaye. Der kann da nicht durch, weil ich einfach zu fett bin. Ich bin zu fett. So. Oh, die Ulti hat gesessen. Alter, das wieder. Hallo, der Papa ist da. Was gibt's denn? Hier unten sind einfach so viele Typen. Alter, ich schlitz dich weg, Junge. So, Mitte müsste... Drachenritter müsste irgendjemanden nehmen. Ja. Weil ich bin gleich down. Ich flitz ihm davon. Sch, 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 sch. Alter, wenn wir den haben, haben wir gewonnen. Ja, ja, ja. Botlane durch. Den kriegst du, den kriegst du. Den hast du. Easy, easy, easy. Oh, yeah. Alle Bot. Total Somnish. Da sind auch vier Ogre sind da. Geil. Die schlampfen jetzt richtig drauf los. Pass auf, wir gehen immer mit her. Alter, die wollen eben Platten. Platten machen? Ja. Das ist ein Plattenlabel. Die wollen eben Platten machen. Äh. Kick mal, kick mal immer die Tanks raus. Die Tanks, ja, ja. Sehr gut, du weißt Bescheid. So, pass auf. Ihr Granate ins Gesicht. Oh, den habe ich. Ich auch. Oh. Ja, meine Untertitel ist auch. Jetzt müssen wir ja fight gewinnen. Ja. Oh, schade. Hier, der, der obere? Ja. Okay, ich meine, wir haben gewonnen. Ja. Das war ein spannendes Match. Ey, am Anfang haben sie uns übel platt gemacht. Ja. Und dann haben wir uns wieder mal da rappelt. Dann haben wir uns wieder rappelt. Geil. Ja, der muss einfach mehr spielen. Er benutzt sich ja auch. Alter, guck dir mal die Punkte an. Level Up. Heroic Ability. Okay, das war eine weitere Runde. Heroes of the Storm. Heroes of the Storm. Advanced Talents. Level Up. Heroic Ability. 261.000 Punkte. Alter, bei mir macht er immer noch. Ich kack ins Essen, ey. Ja. Ich kack ins Essen. Und danach. Nee. Dann schmeiß ich doch nicht. Ja, haut rein. Heroes of the Storm. Komm, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Adieu.